... ... ... ... Warte... Werte Dame, ich habe da einen dicken Knüppel für Sie! Warten Sie... ... Kannst mich heilen? Hey, du hast dich voll weggeschoben. Ich kann nicht heilen? Weiß ich nicht. Ich habe nur 55. Bitte bleiben Sie liegen. Das ist Ihre eigene Sicherheit. Dankeschön. Ja, komm. Oh, da kommt einer hin. Alle... Der fliegt weg. Pass auf, pass auf! Wow! Alter! Warte, wenn du mich umdass liebst, der ist weg. Der ist genau in deine Richtung geflogen. Geil. Kannst du mich heilen? Nee, du brauchst ein bisschen Schaden. Was? Das ist doch so ein schneller, ey. Schock ihn! Was ist denn das für welche, ey? Erstmal looten. Oh, ja! War's das? Wir lassen uns gar nicht ablenken. Merkt ihr? Ach, ja. Ich will dich noch heilen irgendwie. Geht es nicht? Lass die mal schlagen. Ich höre den Molotow. Wie schmeißt man den noch mal mit? Ach so, unter 30. Nee, das schmeißen muss das gehen. Sonst geht das nicht. War das rechte Maus, da hast du wieder? Ja, der ist gedrückt halt und dann links. Ah, und dann links. Ja, okay. Warte, der liegt mir meine Waffe am Brügel? Der ist voll genau in meine Richtung, ey. Das ist so kacke. Okay, bitte was? Warte mal mit dem Typen. Warte mal mit dem Typen. Warte mal mit dem Brügel, buddy, jetzt hin. Hier gibt's so sauviel. Was? Was ist denn links von uns, diese komischen? Weg. Weg mit dir. Ah, da kommt wieder so ein schneller. Bin ich schneller als dir? Ey, ich bin gleich schnell. Ah! Lass dich mal schlagen. Aua! Ich lass mich schlagen. Ich mach den hinteren. Lass... ich soll mich jetzt schlagen lassen. Dann lass ich mich jetzt auch schlagen. Lass ihn aufstehen. Guten Tag dir her! Au! Au! Jetzt bin ich 35. Kannst mich heilen? Schau erstmal nach, ob du mich heilen kannst. Moment. Okay, warte ich. Jetzt kann ich dich heilen. Dafür muss ich erstmal... Aggression! Alter, erstmal aufsammeln. Also Sandro. Solche Typen, die in so einem Ganzkörper Strahlenschutzanzug oder Kontaminationsanzug drin sind, die haben hinten so eine Gasflasche auf dem Rücken. Da mit einem gezielten Schlag einmal drauf, wegrennen. Weil der fliegt unkontrolliert irgendwo hin und macht dann Boom. Okay. Kabusch. Da rechts ist übrigens irgendwo eine Safe Zone, die wir machen könnten. Da ist wieder so einer. Schau her, schau her, schau her, schau her. Ich will den machen. Hinten drauf schlagen einmal. Du musst das hintere Teil drehen. Ja, warte. Lass ihn doch aufstehen. Dann kannst du doch... Wart doch einfach du... Geh weg. Schau her. Weg! 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 Oh oh. Was ist denn das für welche hier? Geh mal in die Safe Zone, komm mal. Bitte liegen bleiben. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Bitte liegen bleiben. Zu ihrer eigenen Sicherheit. Bitte liegen bleiben. Weg. Komm. Guck das doch. Hihi. GABAB Dann müssen wir jetzt oben rauf, oder du? Okay. Bin jetzt nicht wieder... Was? Nee. Ich will den. Komm ich da... hin? Ah! Au! Da kommt schon wieder ein schneller! Hui! Hui! Warte. Guten Tag, der Herr. Ich hab gehört, sie wollen... Knüppel ins Gesicht. Aber diese schnellen Nerven, ne? Die Fanner. Si, si. Ich bin eine Senorita, Junge. Gibt's hier drin was? Oh, nice. Du hast hier drin was übersehen. Was denn? Wertvolle Truhe. Das ist nur drin! Und Zigaretten! Wertvoll! Ich komm mal zu der Safe Zone. Bist du da? Jaaa. Ha! Schnell durch. Ach, da oben klettert der rum. Auch mit dir. Äh... Wir sind da auch gekommen. Achso, hier. Was? Was? Wir sind da auch gekommen. Skill. Außen hochklettern oder innen? Ah, so. Oh, das war's Sammelbars oben. Ach, hier außen hoch. Du kannst an die... an die... an das Gelände halt dran spielen, ne? Ja, und dann? Moment. Bin ich. Aber dann haut's mich danach immer runter. Wenn ich jetzt hier hochklettere, dann haut's mich... Ah, ne. Doch nicht. Oh, noch. Achso, und dann da rüber. Achso. Ja, hab ich nicht gesehen. Das ist... Ich. Oh. 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 Was? Guten Tag! Nein, nicht schon wieder. Oh, dann passiert das immer mehr. Hm? Alter. Warte mal kurz, ich habe... Ich habe eine Idee. Tschüss. Was? Alter, ich wollte gerade einen Molotov schmeißen. Eine Sekunde. Okay, warte. Der Herr, der will aufs Maul. Das kann er haben. So, lebt noch einer? Ich glaube nicht. Hast du Schaden bekommen? Bisschen. 81 habe ich noch. So, einmal benutzen. Gibt's hier oben irgendwas? Ja, da vorne habe ich irgendwo Sammelbugs gesehen. Und die liegen alle am Boden hier voll rum. Hier, guck mal. Hier ist der Start. Kann man den runterkicken? Ah, schade. Hä? Gibt immer noch. So. Matschimachi Kuchen. Wir sind in der Start. Wo? Achso, das ist das Versteck. Äh, kann ich jetzt eine andere... Ein anderes Outfit anziehen? Ich bin jetzt, ähm... Sportler, Kurier, ich bin jetzt... Ich wechsle jetzt, wie... Wie kommt eigentlich nicht rein in die Tür? Ich bin jetzt kolossal Kiwi Outfit. Wie sieht das aus? Gucke mich an. Warte, ich zie's auch an. Ah, das sieht voll cool aus. Und wo gab's die Statue? Wir haben die Tür aufzumachen. Wo gab's die Statue? Statue? Ach hier. Kannst du die Tür aufmachen? Nee. Ich kann ein Nagelbrett aufsammeln. Wow. Wow, hier gibt's nicht mal... Hier gibt's nicht mal ne Truhe, oder was? Ein Trühchen? Ich scanne mal grad alles durch. Gibt's hier oben vielleicht? Nö. Nö. Nee, die Tür muss doch aufgehen, der Junge. Ach so, die hier, die ist nur... Hä? Geht die nur nachts auf? Nee. Da ist das Bett. Nee, das ist hier außen. Die geht nicht auf. Hier außen ist das Bett. Wo kann man denn hier runterfallen, ohne zu verrecken? Hat man nichts gesehen. Warte. Da vorne war so ein Absprungbrett. Da guckste. Sprungbrett! Ich spring einfach mal. Okay? Flo 12, moin! Na? Na ja, da kann man springen. Giorno! Hast du getroffen? Da gibt's so viel. Ja. Ja, okay. Da hinten ist übrigens ein GRE-Paket runtergekommen, oder? Was ist das blaue mit dem Pfeil nach unten? Ja. Ist das eine Nade? Dann können wir es uns holen. Ja, ich glaub schon. Sonst wird's glaub ich gar nicht angezeigt werden, wenn's nicht in der Nähe wäre. Ich bin jetzt hinterkommen mit den Paketen hier. Die müssen uns zum Gott-Hippmeister bringen, dass wir von den Sachen mitkommen. Ah, so. Wollen wir mal kurz hier in den Nade-Shop reingucken? Ja, das ist weg. Oh ja. Erstmal ein bisschen durchscannen. Ku, 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 wie son sonar. Hier drin ist nur was zu essen bestimmt. Da kommen ein paar Freunde von draußen. Kaffee ist hier drin, nice. Nimm Kaffee mit. Baklava. Oben ist was blau ist im ersten Stock, siehst du das? Was blau ist? Oh oh. Hier hinten hat jemand Spaß? Küchenkram. Ich hab ja Ausdauer mehr. Was ist denn das für ein Kack? Und eine Flüssigkeit. Ah, hier hinten ist ein... ...Eight Kit. Eh, hier drin noch irgendwas? Ah, hier hinten in der Toilette ist noch ein kleiner gelber Kasten. Ja, hier sind sogar Freunde drinnen, ne? Ja, die können nämlich mal. Lass mal sehen. Alter, hier hinten drin. Guten Tag. Und nun sammeln wir weg. Wä? Ich renn die um. Bitte hinlegen. Dankeschön. Hinlegen. Hinlegen. Liegen bleiben. Ich hör nen dicken. Ach so einer, der explodiert. Pass auf. Und Schiss! Weg! Nicht da rein! Ach, grad so. Das ist noch einer. Oh oh, warte, warte. Andere Richtung jetzt. Warte, ich versuch. Hab ihn! Weg, 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 weg. Oh oh. Ist richtig... Aber ich kann den Chat nicht ganz lesen. Warte mal kurz. Was? Was ist laut? Oh, da kommt wieder Schnelle. Ich seh nix. Ich hab noch ein schwarzes Bild auf dem Hauptbildschirm. Ich kann nur hier gucken. Kommt da was? Ne. Ja. Ah. Ich hab keine Ausnahme mehr. Ja, schaffst du schon. Ich vertraue dir, scheiße. Ich kann nicht heilen. Warte, bleiben wir stehen. Heilen! Ja, ein bisschen Schaden brauche ich noch. Ne, ich hab die grad gehalten. Gibt 200, das ist voll okay. Da kommen noch mal Schnelle. Hier ist so ne Startprojekte, ne? Wo? Ach, da. Voll versteckt. Erst Papier mitnehmen. Warte mal kurz. Hallo! Ich hab keine Ausdauer mehr. Warte mal, ich kick den anderen einfach nur noch. Das ist ein Lampa. Ah, warte mal. Hä? Warte mal kurz. Ich habe eine Idee. Wer noch? Ah, warte. Sie ist ausgewichen. Ich muss kurz meine Waffe deportieren. Ich muss mal ganz kurz einfach nur den hier machen. Okay. Gegen die hilft einfach dieser... Warte, was schreibt lieber? 02. Ja, genau Sandro. Ich hab kein Wort verstanden. Was? An welcher Stelle? Was hab ich verstanden? Das dumm ist, wir sind verzögert. Ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Situation ist meins. Wir haben in der Zwischenzeit schon wieder ein bisschen mehr gemacht. Metallteile. Metallteile. Ah, da war noch irgendwas blaues oben. Auf dem Dach drauf, oder was? Ja. Hier ist überhaupt nichts. Töten... Ach doch, hier! Ah. Wie ist der? Oh, das wollte ich machen. Like a glove. First try. Oh wow. Kriegitschläger und Kaffee. 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 Gatti. Links ist auch so ein Häuschen. Hier sind noch Raze Leute, die müssen wir töten. So, beide tot. Nee, der noch nicht. Jetzt ist er tot. Die waren ja sehr schwer. Mit meiner Schockwaffe. Autsch. Begeben sie sich zu einer Funkantenne. Oh ne, so ein dicker wieder. Äh, das ist so ein Strom. Ja, alles, ne? Ich weiß. Das sind zwei dicke. Alter, wie halten die das aus? Wir müssen eigentlich kochen. Warte mal, kann man hier oben nicht was machen? Kannst man hier oben auf die runterchissen. Oh. Ist ausgeschalten. Mach wieder an. Echt? Jetzt müssen wir auch gegen die kämpfen, oder? Würde ich schon sagen. Die sind verwirrt. Der hier kommt langsam rüber. Und wir müssen kurz runter. Ohne, ich fiel auf den Kopf. Wart mal. Wart du nur, ne? Hi. Was geht? Hi, die stehen da so, oder? Ich weiß. Die machen nix. Wir haben uns lieb. Wir haben sie lieb. Autsch. Das kann man ja links machen. Du kannst mir glaube ich heilen, oder? Ja, du, keiner? Warte. Erstmal die reißen Dinge hier looten. Guck mal. Ach so. Ja, die anderen packen sich hier fest. Wart mal, wie viele Heilkits? Ich hab noch sieben Medikits. Sollen wir die jetzt echt machen? Nee, komm. Lass mal die einfach stehen. Aber da ist ein Häuschen dahinten. Das Saferoom? Können wir noch machen. Oder gehört das dazu? Ich glaub das gehört dazu. Nee, das ist da hinten drin. Das Wasser ist ausgeschalten, ne? Ja, aber das ist hier hinten. Das Saferoom ist jetzt hier drin. Hallo? Armeesparten! Spaß! Hat da irgendwas? So, einen hab ich. Vorsicht! So! Die Dame! Quatsch! Ach, leck mich doch. Und die Dame! Quatsch! Bitte liegen bleiben, das ist zu ihrer eigenen Sicherheit. Ach, die ist tot. Sind sie tot? Naja, die keucht mal. So, einmal zumachen. Zack. Und safe ist der Shit. Ja. Haben wir auch so schwarze Licht? Ich glaub schon. Errungenschaft, ein gewisser Grad an Sicherheit. Sechs von siebzehn. Wir haben schon sechs von siebzehn. Es gibt nur siebzehn Saferooms. Okay. Haben wir schon fast die Hälfte. Die kommen schon nach und nach. So, und jetzt gibt's hier drin geile Kisten. Bestimmt irgendwas zum Sammeln wieder. Komm schon. Ach ne, da ist wieder nur das hier. Oder ein Outfit. Ne, Outfits schalten wir nur in der Hauptstory frei. Aber ansonsten. Ich mach mal ein bisschen Sonar spielen. Da gibt's nicht so viel zu holen. Ich fühl mich hier sehr sicher, wenn auf der anderen Seite die Dicken hier rumrennen. Okay. Lass mal hier raus. Was? Das sieht ja schnell. Willst du jetzt an oder aus? Willst du jetzt aus? Okay. Wollt du was? Ne. Reparieren. Ja, ich muss die Fassaden reparieren. Warte. Warte, hier ist die Kanalisation. Komm mal da rein. Ja, aber nicht tief. Okay, da ist nix. Ne. Wir müssen in die Richtung. Hauptstory. Barim, bin bei der ersten Antenne. Oh, 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 oh. Bist du ja am Lacken, oder? In dem Schopen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Warte, hier gibt's ein Fässchen für den... Cool. Ja, ein richtig dickes Öl-Fässchen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was herstellen. Das machst du, ne? Molotow-Cocktails kann ich zwei wieder herstellen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wirf mal auf das Auto was. Ich kann nicht werfen. Genau. Ist schon explodiert. Passt schon. War geil. War geil. Alter, brennt der nicht. Ähm, Wichser. Pass auf. So, aber ein bisschen lauter sind ein paar aufgestanden. Wieso hab ich nur noch sieben haben? Achso, weil es brennt. Okay. Kannst du mich halten? Komm mal kurz hoch hier. Ach ja, immer auf mich. Komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Ich halte dich. Ja. Ich halte dich dann auch. Ich halte dich. Neben dir. Wo bist denn du? Hallo Freunde! Hast du noch einen Molo? Ja. Ich kann direkt unter uns werfen. Das ist ein Explosionsfass. Aber ich lass mal mehr herkommen. Bleib mal hier oben. Bleib mal hier oben. Ne, direkt unter uns. Schau mal da hin. Schau mal direkt unter uns. Da ist ein rotes Fass. Musst du da hinlocken. Der wirft da einen Molo einfach rein. Das passt schon. Achtung! Fau sich weg, das explodiert, ne? Ha ha ha. Jo, wie lange streamt ihr schon? Äh, seit 18 Uhr. Was sagt die Uhr? Warte, mein Handy war jetzt die Uhr. 1845. Ja, seit einer Dreiviertelstunde ungefähr. Wieso? Also noch nicht so lang. Ist der tot? Nimm den dicken Hammer mit. Der ist OP. Er ist fuck. Den dicken Schüppel. Der packt den Boden fest. Oh, der hat grad Liebe. Ähm, tut mir leid. Wir müssen jetzt leider aufhören. Dieses Video ist für Twitch nicht zulässig. Packt der bitte auch im Boden rum? Alter, was machst du mit dem? Da kommen noch mehr. Aber, schau her. Man kann eins sagen. Ist er auch so schwarz bei dir, weil er verkohlt ist? Schau mal seine Zähne an. Die sind perlweiß. Der nutzt bestimmt Colgate Max White One, ne? Schleichwerbung. Ach, du müsstest so klettern, ne? Ah, okay. Colgate am Morgen und du hast so ein hübsches Gesicht danach. Ich platte hier ein Häufchen für dich vor. Ein Kackhäufchen. Oh, Opfer mir mehr. Ja. Ja. Ja, die kommen einfach nicht. Die zwei Luder da vorne. Ne, die drei. Bitte liegen bleiben. Dankeschön. Das ist die eigene Sicherheit. Nicht bewegen. Das könnte jetzt ein bisschen kitzeln. So. Ja, wir haben viel zu viel Spaß mit dem Zombie abschlachten. Ja, das ist einfach. Ich finde es kacke, dass solche Spiele in Deutschland verboten werden. Man schlägt ja eigentlich keine Menschen. Also keine richtigen. Wobei, manchmal, in manchen Situationen, man schlägt böse Menschen und Zombies. Hä, was? Ich will nicht da durchbleiben. Gibt es hier oben noch was? Ne. Hey. 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 Schon wieder durch. Jetzt aber richtig. Hoch damit. So. Muss man eigentlich dann noch in der Tasse gedrückt halten, wenn man hochklettert? Oder nur noch W? Nee. Nur noch. Okay. Nur noch W. Neue Wendigkeitsstufe. Stufe 6. Ich bin schon 6. Treffer. Ja, aber ich geh auch mehr. Wendigkeits. Du hüpfst ja über jedes Fuck-Zombie drüber, was du siehst. Kann man eigentlich ineinander klettern? So wie wir jetzt? Ja. Gott sei Dank. Oh, Bann. Der Flo. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich, äh, äh, von Twitch-Support... Ja, was? Gebannt. Nice. Achso, hier. Auf den Turm. Oh, da ist ein Knackpo vor mir. Äh, da rüber. Äh, wohin? Einfach nach oben. So. Halt dich mal da fest. Hallo. Hallo. Sind wir hier richtig? Hallo. Keine Auskunft. Der Herr. Die Dame. Was war denn das? Eine Dame. Dame. Es war eine hübsche Dame. Oh, hier kann man das noch. Muss man hier das nicht aktivieren irgendwie? Oh. Ne. So steht mein Typ. Äh. Ich glaub, wir hätten unten irgendwas einschalten müssen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Warte. Bitte? Ich will jetzt aber erst ganz nach oben, falls da was liegt. Ja, okay. Hast recht. Wenn da oben was... Da ist bestimmt eine Fahne wieder oben. Ja, ein Fähnchen 100 Pro. Nicht springen. Also einer von uns bleibt dann oben und der andere slidet runter und macht unten das Ding dann damit...